Brutaler Einschlag. Holla, 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 holla. Da ist die Hinterachse rausgerissen. Der Radträger, boah, steht da in dem Winkel. Möchte man so eigentlich gar nicht sehen. Und wenn ich sehe, wie tief da das Rad im Kies vorne drin steckt, der ist erst mal seitlich voll reingeschlittert. Ja, der hat sich wahrscheinlich hier abrasiert. Eieieiei. Nee, das ist nicht gut. Ist auch wirklich schwierig. Man ist schon eine ganze Zeit gefahren. Oh, da ist der Einschlag. Ich habe mir das gedacht, die Beschädigung vom Auto muss von dem Einschlag sein. Und dann kommt der zurück, reflektiert auf die Strecke, verliert hier schon mal ein Rad. Das geht mal schön über die Strecke. Also das Oben-Schwenkreuz ist eine wirklich der gefährlichsten Kurven. Da muss man sich viel Platz nehmen. Da war auch den ganzen Morgen, hatten wir dort Bindemittel liegen gehabt. Immer schön innen geblieben. Ja, also es ist mal blöd, außen zu stehen und zu sagen, was ist es gewesen. Auf jeden Fall, was tückisch ist, so kurz vor Schluss denkt man, naja, läuft alles gut, passiert nicht mehr viel, lässt ein bisschen rollen. Und plötzlich ist man den 10 Zentimeter vielleicht doch offline. Bei uns selbst zum Beispiel im Team selber, das lief die ganze Zeit super. Platz, ein Klassensieg in greifbarer Nähe. Von 160 auf 95 Plätze vorgefahren. Auf Platz 15.